Das Naturschutzgebiet Eppendorfer Moor liegt zwischen der Alsterkruckschosssee und dem Flughafen Hamburg und liegt damit im Stadtteil Großborstel. Mit einer Fläche von 26 Hektar ist es das viertkleinste Naturschutzgebiet der Hansestadt, auch wenn es zuletzt am 30. Dezember 2014 auf die heutige Fläche erweitert wurde. Eppendorf das Magazin geht heute ins Moor und möchte damit diesen sicher vielen noch unbekannten Ort einmal vorstellen. Also dann, willkommen im Eppendorfer Moor. Erstmals wissenschaftlich erwähnt wird das Moor 1798 vom Berliner Botaniker Heine. Der mittlere Sonnentau, Drosera Intermedia, wurde von ihm im Eppendorfer Moor entdeckt. Auf der Weltausstellung im Jahre 1904 in St. Louis erhielt das Botanische Staatsinstitut Hamburg eine Goldmedaille für eine Ausstellung über die Flora des Eppendorfer Moores. Damals war die Artenvielfalt an Moorpflanzen und Orchideen noch sehr viel beeindruckender. An die vielen Orchideen erinnert heute nur der Name der nahegelegenen Straße Orchideenstieg. Trotzdem besitzt das Eppendorfer Moor auch heute noch einen hohen Stellenwert als Lebensraum moortypischer Tier- und Pflanzenarten. Kaum eine andere deutsche Großstadt hat ein so zentral gelegenes Naturschutzgebiet. Als Moor ist es sogar das größte innerstädtische Moor in Europa. Film des Erggrounds über 700 Hmm... Film des Ergtimer- und Erurgs Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020